Ich habe was Tolles für euch. Ein kleines Häppchen Infinity War. Thanos müsstet ihr inzwischen kennen. Kosmischer Superschurke, intergalaktischer Warlord und so weiter und so weiter. Aber der hat auch Kumpel, genannt Black Order. Ebony Maw ist nicht so leicht einzuschätzen. Er kann andere überzeugen. Er quatscht sehr viel. Aber packt er auch was? Weitere Mitglieder in Thanos' Truppe sind Proxima Midnight, Corvus Glaive und Kal Obsidian. Die Black Order eilt nach Attilan, um dort unseren alten Freund Black Boat zu treffen. Offenbar hat er eine Ahnung davon, wo Thanos und Thane steckt. Nun, das wird aber kein angenehmes Wiedersehen. Thane ist eigentlich ein Geheimnis und Thanos will ihn aus dem Weg räumen. Endgültig. Kapisch? Ebony Maw ist ganz scharf darauf, seine Überzeugungskraft an Black Bolt auszuprobieren. Na dann viel Glück, Epps. Du weißt aber, dass ein Wort von Black Bolt einer Bombendetonation gleichkommt. Mündliche Verhandlungen sind nicht gerade seine Stärke. Okay? Okay, aufgepasst. Lasst uns Schurken sein. Uh, ist das toll hier? Ich bin gespannt, womit uns Black Bolt diesmal überraschen wird. Ich bin gespannt, womit uns Black Bolt. Ich bin gespannt, womit uns Black Bolt. Ich bin gespannt, womit uns Black Bolt. Okay. Ich will keinen Namen nennen, aber jemand sollte etwas mehr Augenmerk auf seine Sicherheitssysteme legen. Ich bin ein Mann, aber ich würde mich nicht davon auswählen, aber ich würde mich nicht davon auswählen, dass ich mich nicht davon auswählen kann. Ich bin ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Dieses Handschuh-Dings ist cool. Meint ihr, Thanos würde es mir für ein oder zwei Tage ausleihen? Ich spreche mal aus, was alle denken. Das kam uns echt gelegen. Boah, das Gerät sieht echt fies aus. Gut, dass ich hinter dem Ding stehe und nicht davor. Hoffentlich. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Einige Inhumans suchen anscheinend Schleunigst das Weite Durchaus verständlich Black Bolt weiß, wo das Thanos hier ist Ich liebe diese Prügelein Zack! Kabumm! Ja, das war total genial Ja, das war total geil Könnte man diese Schalltafel nicht überlasten? Die scheinen ja ziemlich nette Tricks auf Lager zu haben Ja, das war total geil 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 Ich frage mich, ob sie in der Zaubereibranche nicht besser aufgehoben wären Das wäre doch bestimmt ein einfacheres Leben, oder? Ja, das war total geil 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 Ja, das war cool Ja, das ist escapes etwas ein offenes Ende. Fortsetzung folgt. Bis dann! Bis dann!